Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Auch morgen bleibt uns diese stürmische Wetterlage erhalten. Bei Tageshöchstwerten um die 21 Grad gibt es den ganzen Tag über einen Sonne-Wolken-Mix. Am Freitag bleibt der Westsachsen-Himmel überwiegend bedeckt. Am Nachmittag kann es zu Schauern kommen und auch der Wind frischt wieder auf. Die Temperaturen bewegen sich knapp über der 20-Grad-Marke. Am Samstag bekommen wir die Sonne den ganzen Tag über nicht zu sehen. Das Thermometer klettert dann gerade einmal auf 20 Grad. Mit Niederschlägen ist aus heutiger Sicht jedoch nicht zu rechnen. Am Sonntag bekommen wir dann schon einen Vorgeschmack auf den Herbst. Bei gerade einmal 18 Grad kann es den ganzen Tag über regnen.